Ich komme ursprünglich aus der Plastik- oder Kunststoffbranche. Ich habe Werkstoffe studiert und habe mich schon während dem Studium einfach auf Kunststoffe und Kunststoffverarbeitung spezialisiert und habe dann zuerst zusammengezählt knapp zwölf Jahre in der Forschung und Entwicklung in der Kunststoffindustrie gearbeitet. Ich habe aber immer schon als Hobby selber Musik gemacht. Ich spiele Bass und habe auch Aufnahmen gemacht. Alles auf einem engagierten Hobby-Niveau, aber trotzdem in einer Art und Weise, bei der ich mein Gehör gebildet habe und vielleicht auch gerade aufgrund von technischen Limiten Dinge ausprobiert habe, die mir am Schluss geholfen haben, eine Vorstellung zu haben, was klingt jetzt gut, was klingt nicht so gut. Im Zusammenhang mit einer Band, in der ich damals gespielt habe, ist dann auch dieses Thema mit den Kabeln entstanden. Zwar war es so, dass der Gitarrist unserer Band, der an der Jazzschule Luzern Musik studiert hat und einer seiner Lehrer hat mit Kabeln experimentiert, die aus dem HiFi-Bereich stammen und die er als Instrumentenkabel für Gitarre gebraucht hat. Und da ist dann quasi dieses Thema zum ersten Mal aufgepoppt, dass ein Kabel einen klanglichen Unterschied machen soll. Das ist mir extrem seltsam vorgekommen und ich habe mich eigentlich nur deshalb in die Thematik da vertieft, weil ich das dermassen absurd fand. Und ich habe dann aber halt einfach solche HiFi-Kabel mir besorgt und habe die zuerst an der Stereoanlage ausprobiert und fand dann mit viel gutem Willen, hört man vielleicht tatsächlichen Unterschied und wollte dann demnachmals mehr auf den Grund gehen und habe dann diese Kabel quasi zerschnippelt und wieder frisch zusammengesetzt, modifiziert, sodass ich sie einerseits als Instrumentenkabel für den E-Bass brauchen konnte und andererseits für Mikrofone. Und in diesen beiden Anwendungen war dann der Unterschied einfach so klar, dass es für mich keine Diskussion mehr gab, ob das jetzt hörbar ist oder nicht. Und gerade deshalb, weil ich mir das selber auch überhaupt nicht erklären konnte, war das halt auch faszinierend. Und an dem Punkt wollte ich dann eben probieren herauszufinden, was ist denn jetzt der Trick dahinter. Ich würde es jetzt so sagen, am einfachsten ist die Diskussion mit Bassisten. Und zwar deshalb, weil da steckt man einfach ein und dann macht es entweder so oder es macht nichts. Und beim Bass finde ich, ist auch immer sehr klar, was ist jetzt besser und was ist schlechter. Also für mich ist es besser eigentlich immer das, wo ich das Gefühl habe, ich höre mehr, ich bin näher an meinem Instrument. Und gerade beim Bass, wo man halt ein extremes Frequenzspektrum hat, wo man auch, wenn man slappt, extreme Dynamik hat, merkt man sehr schnell auch, ob quasi einfach mehr kommt. Also von dem her finde ich, ist es auch immer sehr einfach. Bei den Gitarristen ist dann schnell die Diskussion, ja, aber Jimi Hendrix hat ja dieses Spiralkabel und so, wo dann das Kabel zum Teil der Effektkette erklärt wird. Und das ist eigentlich dann nicht mehr die Baustelle, die wir bearbeiten. Weil ich möchte eigentlich, dass das Kabel im Idealfall eben keinen Effekt macht, sondern nur das zeigt, was schon da ist. Es ist letzten Endes natürlich immer auch ein sehr subjektives Ergebnis, das man erhält. Und gerade weil sehr häufig auch die Situation da ist, dass ich gar nicht mal will, dass man einen Unterschied hört. Also beispielsweise, wenn ich ja Qualitätskontrolle mache und verschiedene Kabel vergleiche, dann habe ich ja nicht den Wunsch, dass das anders klingt. Und an der Stelle merke ich dann, je nachdem trotzdem, ja, es klingt anders. Also, wie soll ich sagen, ich glaube, ich lasse mich nicht so schnell von mir selber täuschen. Also, die Laufrichtung unserer Kabel, das ist so eine Kuriosität. Ich sage es jetzt mal so. Das ist auch nicht so, dass das irgendwie geplant war, sondern es war einfach so, dass ich bei den ersten Kabel, die ich entwickelt habe, habe irgendwo die Erfahrung gemacht, habe die Klingen seltsamerweise nicht gleich, ob ich sie so rum oder so rum einstecke. Und ich habe mir dann auch sehr lange überlegt, woran das liegen könnte. Und in der Zwischenzeit bin ich relativ sicher, dass es etwas mit der Orientierung der Kristallite in den Kupferleitern zu tun hat. Wenn ich jetzt das im Detail ausführen möchte, was meine Überlegungen sind, wird es etwas kompliziert. Auch deshalb, weil man kommt ja dann schnell an den Punkt, wo man sagt, ja, es ist ja Wechselstrom, und es spielt sowieso keine Rolle. Ich kann nur sagen, ich habe eine Denkweise, mit der ich mehr oder weniger klarkomme, dass ich das Gefühl habe, es hat tatsächlich mit der Orientierung der Kristallite zu tun. Es ist auch so, dass die Laufrichtungsunterschiede je nach Kabeltyp verschieden sind. Und da bestätigt sich eben auch diese These, die ich habe, weil es gibt andere Typen, die von Anfang an eine andere Orientierung der Kristallite haben. Und da sind die Laufrichtungsunterschiede sehr viel kleiner. Getestet wird die Laufrichtung einfach, indem ich einen höheren Test mache. Es gibt keine einfachere Methode als die. Und letzten Endes muss ich auch sagen, die Laufrichtung ist nicht etwas, wo man sich sklavisch dran halten muss, sondern es ist einfach eine Information oder ein Angebot von unserer Seite. Für viele Leute spielt das eine Rolle, viele Leute hören diesen Unterschied und die sollen dadurch auch die Möglichkeit haben, ihr Kabel immer in der gleichen Art und Weise zu benutzen. Wer keinen Unterschied hört, der darf das sehr gerne auch in beliebige Richtungen einstecken. Also man muss daraus keine Religion ableiten, sondern es ist einfach eine Beobachtung, die ich mit den Nutzern der Kabeln teilen möchte. Also wie gehe ich mit dem Begriff Klangesoteriker um? Also es fragt sich immer, wer damit gemeint ist. Also wenn ich damit gemeint bin, dann kommt es auch immer ein bisschen darauf an, in welchem Kontext, in welcher Form dieser Begriff fällt. Also grundsätzlich kann ich natürlich sehr gut verstehen, dass man das auch als Esoteriker auffassen kann. Ganz einfach deshalb, weil für mich das früher auch so war. Also wenn ich nicht selber alle diese Dinge ausprobiert hätte, würde ich es wahrscheinlich auch für Esoterik halten. Ich habe eigentlich mehr ein Problem damit, wenn Leute dann ein pauschales Urteil fällen, die selber sich gar nie die Mühe genommen haben, das auch auszuprobieren. Also das ist quasi das, was ich als Gegenrecht einfordere, ist, dass man einfach sich dann wirklich auch fundiert eine Meinung bildet. Wenn man nachher immer noch findet, das ist Klangesoterik, dann darf man das. Aber ich finde, man sollte zumindest so fair sein, der Thematik eine Chance zu geben und es einfach auch mal auszuprobieren.